So, weiter geht's mit RecFest. Wir machen heute weiter. Heute mal wieder mit Melsen. Ich fahre mal hier mal so ein Ding. Machen wir heute mal was kürzeres. Ah, die Limo dürfen wir heute fahren. Tue ich das hier, ne? Kann ich die Karre mal aufbauen? Ist das möglich irgendwie? Mit Upgrades? Oder ist der... Den kann ich nichts, ne? Ah, doch ein bisschen da noch. Und jetzt übenverträglich zugelassen. Ah, wir haben noch 7.000, naja, das ist gut. Ich knall jetzt gerade mal so ein bisschen Updates rein. Klar verlieren wir jetzt wieder ein bisschen an Power, aber wir haben... Ah, der Motor hat die Leistung natürlich drin. Und der kriegt natürlich ein bisschen Robustheit. Und ich gucke mal, ob ich... Farbe kannst du nicht erinnern, ne? Ja, okay. Kommt, das ist einfach was Witziges. Nimm mal den Sarg mit rein. So, gehen wir rein. Auf jeden Fall in dieses Rennen. Wir haben ein Überlebensrennen. Heute. Na gut. Versuchen wir es doch mal. Versuchen wir, das Ding zu überleben. Na klar, falls auch Quill jetzt war, kann man mir einstecken. Aber der Gewicht macht es auch langsamer. Es ist aber letztendlich, wie ist es dann ja, wo ich... Ob sie die Karre kann ein bisschen was... Kriegen. So, auf jeden Fall. Mit dem Sarg dauer. Ich schaffe es doch nicht auf drei, sechs Runden. ... ... ... ... ... ... und haben sie mal auf drittagen nur so dann hat sich der weiße der uns im ganzen zeit die sie dran hingen mal verabschiedet ich hätte in der mauer klar die power verlieren man nicht so muss sein ich dachte mir kann man zerstörungsrennen aber scheinbar haben wir kein zerstörungsrennen sondern einfach wirklich nur eines rennen und damit der power haben wir uns verloren aber wir können mit robustheit glänzen das ist das ein handy breaker also jetzt wollen sie gerade aber alle an den zahlen ich bin jetzt momentan auf 1 klar doch einige rennen und runde versprungen ja doch einige runde machen ich habe mich an dieses rennen erinnert haben wir mich mit dem schubusgat gegen die slam bands da gab es nicht genau dieses rennen da muss man ja auch slam bands erlegen aber zerstören muss man durch keinen wir sind einfach nur das rennen nach Hause gefahren oder ist das falsch drei autos ist noch aus denn eigentlich 2000 schaden klung aber gut den gegenverkehr mal weg geschossen Ich habe den Verfolger in den Gegenverkehr gedrückt. Aber ich habe doch... Habe ich mich jetzt eigentlich... Sogar... Habe ich mich jetzt eigentlich... Das sind ja 48, ich habe das nicht schaden gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen aufpassen. Die Karte ist ein bisschen klobig, aber sagen wir mal so. Und solange wir uns jetzt nicht direkt in der Schleife begegnen, ist mir das jetzt nicht egal. Wenn man noch einen läuft... Sogar die Schöne auf ihrer Außenninie bleiben, kann ich in der Innenlinie beziehungsweise... Oh, ist das nicht der 4? Ist das nicht der 4, der... Und sie haben die ganze Zeit ein bisschen auf den Sack gegangen ist. So, ich freue mich. Ich habe nur noch 5. Sogar, dann verkehrt sich gerade einen zurecht. Na, war klar, dass du gerade... Das war super, mein Freund. Probier's doch, mein Freund. Probier's doch. Letzte Runde. Ne, ich war nicht. Ich habe jetzt noch mehr. Ich werde jetzt noch mehr. Also einen habe ich noch mehr an der Backe kleben. Und den habe ich gerade ausgeschaltet, den einen, aber das war keine Absicht. So, sorry, mein Freund, aber ich war die andere Variante. Also, das ist jetzt blöd, dass der natürlich jetzt vorne wegfährt. War mir fast klar. Ja, von ganz oben fährst du runter und maust mich weg. Und dann kann das sein, dass der das Ding jetzt letztendlich warst. Das ist so entscheidend im Moment, oder? Sorry, mein Freund, aber das war jetzt, das war die letzte Variante da, um sich zu kriegen. Aber der eine Rote, der ist schön von ganz oben weg, runtergefahren, um uns so einen Weg zu hauen. Und dann gehen wir mal dieses Ding dann doch noch irgendwie. Ne? Aber guck mal, wie viele ausgeschieden sind. Einige sind weg rausgerutscht. Wir haben 139 als... Aber egal, wir haben es gewonnen. Das ist das Wichtigste. Mit der klubigen Limo. Nein, das haben wir noch einen Rennen. Jetzt haben wir noch einen Lauf, den wir uns heute auf jeden Fall noch angucken. Und dann sind wir nämlich durch. Jetzt sind wir mal reich. So, jetzt haben wir noch einen. Einen einzigen. Machen wir noch was Kleines. Komm, wir machen so mal Challenge. Diese Challenge hieß es. Ach, kann ich gar nicht fahren, oder was? Was brauchen wir denn dafür? B, amerikanisch. Ah, super. Ich dachte, wir hätten nur noch jetzt ein schönes Rennen, aber... Mh... Da haben wir noch einen Demolation Race. Komm. Nee, warte mal, ich... Oder machen wir jetzt Feierabend. Was haben wir denn hier schönes? Ja, bitte. Ach, warte mal, wir machen jetzt Feierabend. Wir haben ja schon das letzte Mal so lange Folgen gemacht. Machen wir heute ein bisschen was kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Grail. Ach, Quatsch. Mit... 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 Und dann geht's mal gucken, was wir machen am nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020